Malzert hier zu kommen beim Redway Videomagazin und Filmpark News zu Nikolaus und es gibt Neuigkeiten aus dem Schwabenpark. Dieser wird 2018 neben einer Weltneuheit über die der euch die nächsten Tage immer stückchenweise weiter informieren wird auf seiner Facebook-Seite eine neue Attraktion auf der Fläche von der Go-Kart-Bahn anbieten, die wir ja in einer der vergangenen Filmpark News Folgen schon erwähnt hatten, den Park verlässt und zwar anno 1950 und das ganze ist eine Autofahrt von Metallbau Kirschner und auf 280 Metern Strecke gibt es dann insgesamt acht Fahrzeuge mit einer Spitzengeschwindigkeit von maximal 7 kmh, die selbst gesteuert werden können. Einmal kann man selber Gas geben, das besondere dabei ist, falls mal die Kinder vergessen sollten das Gaspedal zu treten, weil vor lauter Aufregung und fahren und die Wagen stehen bleiben, nach einer gewissen Zeit fahren die dann automatisch weiter und die Wagen sind frei lenkbar. Es ist Maschinengeführt, trotzdem kann man nach links und nach rechts lenken, so wie man es gerne hätte. Freigegeben ist die Bahn wahrscheinlich, wenn der TÜV sein okay gibt, für Kinder ab einer Körpergröße von 80 Zentimetern in Begleitung eines Erwachsenen und ab 1,20 und 6 Jahren dürfen die Kleinen dann auch schon selbst und alleine fahren. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Neuheit für den Bereich der Go-Kart-Bahn und ich liebe diesen Fifty Style, bin sehr gespannt wie das gestaltet wird und noch viel spannender ist natürlich die Weltneuheit, die dann demnächst angekündigt wird und ich gebe euch erstmal keinen Tipp, die Tipps kriegt ihr dann demnächst auf der Facebook-Seite vom Schwabenpark, guckt auf jeden Fall mal vorbei und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nikolaustag und viel Spaß weiterhin hier auf unserem Kanal, den ihr jetzt abonnieren solltet und nichts dazu verpassen, denn auch über die Weltneuheit werden wir euch natürlich hier informieren. Ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten, euer Bro für Threat Review Video Magazin.